Hi, Matthias für Gizmodo hier. Wir haben Amazon Fire TV in die Redaktion gekriegt und haben jetzt schon ausführlich damit rumgespielt und verraten euch hier im Test, ob sich der Kauf lohnt. Wow, das ist mal echt eine Ansage. Fire TV war derartig beliebt, dass es innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft war. Beziehungsweise die Vorbestellung sich derart verschob, dass man das nur noch ab Januar 2015 zugeschickt bekommt. Also praktisch dreieinhalb Monate auf das Gerät warten muss, wenn man es jetzt bestellt. Ja, ganz schön viel Hype um so ein kleines Gerät. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal ein bisschen genauer an, ob der Hype gerechtfertigt ist. Ich würde sagen, als Erste schauen wir uns mal an, was hier mitgeliefert wird. Die Verpackung ist von außen so ganz hübsch anzusehen. Wir sehen hier so leichtes Relief. Das glänzt hier leicht Silber bzw. Golden beim Fire TV Schriftzug. Und packen wir das einfach mal aus. Seht ihr schon? Applikatorischen Anleitungen und eine kleine Herstellergarantie. Und hier unten haben wir auch schon das Gerät. Was da gleich auffällt, das Ding ist verdammt anfällig für Fingerabdrücke. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Man sieht meine Fettgriffel. Die sind sofort drauf und gehen auch nicht mehr weg. Also eigentlich nicht besonders nett. Aber auch kein größeres Problem, weil so oft wird man dieses Teil nicht anfassen. Das ist übrigens verdammt an Apple TV erinnert. Sondern man bedient es ja mit dieser Fernbedienung, die hier auch noch unten mit drin liegt. Genau, auf die gehen wir dann nachher nochmal genauer ein. Jetzt schauen wir mal, was noch hier drin ist. Ein Netzteil, ein ziemlich großes Netzteil. Wenn wir drauf schauen, es hat zweieinhalb Ampere. Und die Batterien, die netterweise auch mit Amazon gebrandet sind. Ja, was mir dann noch aufgefallen ist, es fehlt ein HDMI-Kabel. Also wenn ihr das Ding an den Fernseher und Monitor anschließen wollt, braucht ihr unbedingt ein Kabel. Und wir hatten es ja vorhin schon mal ein bisschen ausprobiert. Das Ding lässt sich auch nicht öffnen. Da tut man sich richtig weh. Also ich habe es wirklich lange probiert. Ich muss hier einen kleinen Schraubenzieher zur Hilfe nehmen. Ich hoffe, dass es jetzt nur bei dem Modell hier so, was ich hier habe. So, jetzt ist es auf. Jetzt können wir auch die Batterien reintun. Und das Ganze mal anschließen. Hier ist es dann also ausgepackt und angeschlossen. Das ganze Gerät erinnert äußerlich doch sehr an ein Apple-TV. Es ist 11,5 x 11,5 cm in Breite und Tiefe und 1,7 cm hoch. Also schon sehr flach. Hier vorne sehen wir auch eine kleine LED, die anzeigt, dass das Ganze in Betrieb ist. Ansonsten an den Seiten und unten ist nichts. Das ist so leicht gummiert, damit es nicht wegrutschen kann. Schauen wir uns hinten mal die Anschlüsse an. Da haben wir hier erstmal den Stromanschluss, HDMI-Kabel, was ich ja nett finde, einen optischen Ausgang, um es in eure Anlage anzuschließen. LAN-Anschluss und USB. Auf den gehe ich später noch ein bisschen ein, weil da kann man nämlich leider keine externen Medien anschließen. Allerdings richtig spannend an dem Teil ist, was Amazon in diese kleine unscheinbare Box reingepackt hat. Da taktet nämlich ein Snapdragon 600 drin. Ein bisschen kryptisch von Amazon als ein Snapdragon 8060, 8064 bezeichnet. Das ist aber ein 600er, der ist sehr potent. Das ist ein Quad-Core-Prozessor mit 1,7 GHz, unterstützt von 2 GB RAM. Und der sollte eigentlich die Sache wirklich richtig flott machen. Was auch noch sehr schön ist, Amazon hat auch daran gedacht, hier eine Grafikeinheit zu verbauen. Und zwar ist es ein Adreno 320er Grafikchip, der dann auch dafür sorgt, dass Spiele hier drauf gut laufen sollen. Wir schauen uns das nachher dann auch nochmal genau an. Intern sind 8 GB Speicher verbaut. Erweitern kann man den leider nirgends. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zur Fernbedienung. Die besteht glücklicherweise aus einem nicht Fingerabdruck anfälligen Beschichtung. Und hier oben sehen wir schon, hier sind zwei kleine Löcher. Das sind zwei Mikrofone, nämlich für die Sprachsteuerung. Hier vorne haben wir den von Apple TV Canvas vielleicht so einen kleinen Ring, wo man nach links und rechts und hoch und runter machen können, beziehungsweise auch in der Mitte bestätigen und einen Homebutton. Das ganze Besondere hier dran, das verbindet sich nicht mit Infrarot mit der Homebox, sondern via Bluetooth. Und das hat auch gleich mehrere Vorteile. Wie von Amazon gewöhnt, sind die Produkte relativ einfach zu installieren. So auch bei dem. Einfach Stromstecker rein, HDMI-Kabel rein, das Ganze an Monitor oder Fernseher angeschlossen. Und das Ganze funktioniert einfach. Das Schöne ist, wenn ihr die Sache kauft, ist es auch gleich auf euer Amazon-Konto zugeschnitten. Ihr braucht kein Passwort angeben, gar nichts. Ihr wartet einfach zehn Minuten die erste Software-Aktualisierung ab. Danach kommt ein hübsches Video, wo man euch zeigt, wie das Ganze funktioniert. Vorher müsst ihr es natürlich noch möglichst euer WLAN einloggen, sonst passiert dann nicht sehr viel bei dieser Streaming-Maschine. Und ja, es funktioniert einfach. Jetzt will ich euch mal ein bisschen zeigen, wie das Menü hier aufgebaut ist. Ihr seht hier auf der linken Seite eine kleine Liste, wo das ein bisschen sortiert ist. Fotos, Apps, Spiele, Bibliothek, Watchliste, Filme, Prime Video und so weiter. Die Startseite hier oben, auf die kommt ihr immer, wenn ihr hier diesen kleinen Start-Button drückt. Was eigentlich sehr nett ist, völlig egal, wo ihr seid. In Prime Video habt ihr dann alle Videos, die mit dem Prime-Account, mit dem ich hier auch angemeldet bin, praktisch umsonst sind. Und ich zeige euch jetzt mal, wie unglaublich schnell diese ganze Sache ist. Seht ihr, ich bleibe jetzt einfach nach rechts. Wie flott das hier durchscrollt, das ist eigentlich wirklich der Wahnsinn. Und wenn ihr dann einen Film habt, bzw. hier sind jetzt lauter Serien, ich gehe jetzt noch mal ganz kurz zurück und nehme ruhig mal den World War Z. Seht ihr hier unten zum Beispiel IMDb-Wertung. Das finde ich sehr nett. Für mich persönlich ist das immer ein Anhaltspunkt, ob man sich das anschauen kann oder nicht. 6,5, so, was hätte ich dem wohl auch gegeben. Und ja, Honey und Nanny mit 6,1. Hey, schauen wir doch mal in Honey und Nanny rein. Draufgeklickt, steht hier, jetzt mit Prime anschauen. Ihr seht, ich klicke. Waren jetzt wohl so 5 Sekunden und der Film startet. Also es ist wirklich relativ flott immer. Machen wir das jetzt nochmal bei einem anderen Film, um das zu zeigen. Batman mit Prime anschauen. Das war jetzt auch nur eine Sekunde warten und es geht los. Wir spulen mal bei Batman ein bisschen vor. 19. Minute. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt natürlich hier in unserem WLAN drin. An das WLAN ist aber auch nicht besonders schnell. Also ich bin da wirklich erstaunt, dass es doch, eine sehr dunkle Szene, relativ schnell die ganze Sache funktioniert. Das fällt mir richtig gut. Das bin ich jetzt zum Beispiel von Apple TV nicht unbedingt gewöhnt. Da muss man manchmal relativ lange warten. Da spielt die kleine Kiste mit ihrem potenten Grafikchip wirklich komplette Power aus. Gehen wir mal ein bisschen auf die Fernbedienung ein. Die hat mir schließlich auch die meiste Zeit in der Hand. Das Besondere an der ist, wie vorhin schon erwähnt, sie verbindet sich via Bluetooth mit der Kiste. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen braucht man keinen optischen Sichtkontakt. Das heißt, man kann eine Fire TV, die Mutterstation praktisch, in den Schrank stecken. Man muss sie nicht angucken, wenn sie mal einen ekligen Fingerabdruck drauf hat. Man kann hier mit der Fernbedienung auch Spiele spielen. Und die Latenz ist dadurch deutlich geringer als bei Blut, Entschuldigung, als bei Infrarot. Und der größte Vorteil ist aber, man kann hohe Datenmengen übertragen. Und das braucht diese Fernbedienung auch. Denn hier oben sind zwei Mikrofone. Und das heißt, ich kann der Fire TV dem Sprachbefehle geben. Das hat den großen Vorteil. Jeder, der mal Apple TV benutzt hat, weiß es und ist genervt davon, wenn man Texte eingeben muss. Und man muss hier mit links und rechts im Steuerkreuz die verschiedenen Buchstaben ansteuern. Das dauert ewig und zerrt wirklich richtig an den Nerven. Und ich möchte euch mal zeigen, wie unglaublich gut diese Sprachfunktion funktioniert, indem ich verschiedene Sachen suche. Schweighöfer. Gut, das war jetzt vielleicht auch nicht das Allerschwierigste. Aber jetzt schaut mal, jetzt werde ich mal versuchen, ein bisschen zu nuscheln und verschiedene Dialekte zu nutzen, ob ihr das immer noch checkt. Schweighöfer. Schweighöfer. Gut, ich habe auch Hofer gesagt und nicht Höfer. Und ihr seht das richtig, sondern schreibt auch sofort Hofer. Schweighöfer. 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 Extrem genuschelt, ihr habt mich nicht verstanden. Fire TV hat mich verstanden. Also es ist wirklich richtig, nicht schlecht. Pastefka. Grüffelo. Transcendence. Transzendenze. Das ist unglaublich. Sven Gali. Es checkt sogar meinen Namen. Matthias Sternkopf. Also wirklich abgefahren mit Doppel-T und H, einem T und H. Jetzt probieren wir es nochmal mit dem Namen von meinem Kameramann aus. Der meint nämlich, dass seine Behörden das immer falsch schreiben. Dann sollten sie sich mal das hier zulegen. Andreas Eichenseer. Ah, okay Behörden, kocht es euch doch nicht. Nein, nochmal testen. Andreas Eichenseer. Here we go. Herzlichen Glückwunsch. Selbstverständlich lassen sich hier auch jede Menge Apps drauf installieren. Schauen wir doch mal ganz kurz, was es da so gibt. Apps. Und ich habe da auch schon mal so ein paar ausprobiert. Man kann zum Beispiel Spotify drauf installieren. Was ich ein bisschen schade finde. Ich habe euch ja gerade diese Sprachsteuerung gezeigt. Leider läuft das nicht autark auf der Maschine, sondern verbindet sich dann nur mit eurem Handy zu Spotify. Das heißt, ihr könnt dann an eurem Handy die Songs auswählen und die werden hier abgespielt. Sehr schade, weil ich habe mich nämlich eigentlich darauf gefreut, hier die Sprachsteuerung bei Spotify anzuwenden, was so leider nicht geht. Sehr schön, es funktionieren auch Spiele und die können dann hier über diese Fernbedienung gespielt werden. Ich zeige euch mal Badland. Wenn ihr das nicht kennt, unbedingt euch mal anschauen hier drauf, weil das ist ein wirklich tolles Spiel. Vor allem, man braucht nur einen einzigen Knopf. Man kann das natürlich mit dieser Fernbedienung ganz besonders toll machen. Hör mal. Also immer wenn ich drücke, gehe ich nach oben. Geht ganz wunderbar. Okay, aber ich will jetzt ja auch nicht ewig spielen, wo es echt krass macht. Was ist das? Oei, oei, oei. Na genau, auf jeden Fall ein nettes Spiel. Schauen wir mal, gehen wir nochmal raus aus dem Ganzen. Dann zeige ich euch jetzt nämlich noch ein zweites Spiel, was grafisch ein bisschen anspruchsvoller ist. Was euch zeigen soll, dass die ganze Sache hier wirklich Power hat. Übrigens Asphalt 8 ging bei mir nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass es hier eine Kindle Tablet Edition ist. Weiß ich nicht. Wollte sich nicht installieren. Riptide schon auch kostenlos erhältlich für das System hier. Hier zeigt sich dann allerdings auch schon die Limitierung von dieser Fernbedienung. Es lässt sich zwar steuern damit, aber ganz ehrlich, richtig geil ist das nicht. Ich zeige euch nur mal ganz kurz, wie die Grafik aussieht. Es gibt nämlich auch noch einen richtigen Game Controller für die ganze Angelegenheit. Ich hatte den auf der IFA in der Hand. Und der macht wirklich einen sehr guten Eindruck. Der wirkt nämlich so ein bisschen wie der Xbox-Controller. Schauen wir mal. Der ist alleine. Ihr seht schon, damit lässt er ja eigentlich wirklich richtig, richtig gut spielen. Die Wasseranimationen sind toll. Das wirbt halt. GP2 wird ja gerne mal so als Grafikreferenz hergehalten. Zumindest früher mal. Und macht einen ganz guten Eindruck. Gut. Reicht jetzt auch schon. Geh mal raus. Gut, da habe ich euch die Games gezeigt. Was, ehrlich gesagt, noch ein bisschen fehlt bei der ganzen Angelegenheit. Ja, es sind tatsächlich noch ein bisschen mehr Apps. Vor allem Streaming-Apps. Es wurde angekündigt, dass Netflix sehr bald kommen wird. Allerdings jetzt auch ohne einen genauen Termin zu nennen. Solche Sachen wie ZDF oder ALD, Mediatheken, wie ihr seht, sind jetzt schon drauf. Bild-Zeitung ist drauf. Twitch ist drauf. Red Bull, Bayerischer Rundfunk. Was da auch noch fehlt, sind Sachen wie Watchever und Nexto. Es gibt auch keine richtige YouTube-App. Nur so eine, ja, so eine New Player für YouTube. Vimeo gibt es. Servus TV. Und das war es schon fast an Unterhaltungs-Apps. Also hier muss unbedingt Amazon noch nachbessern. Sie haben auch versprochen, dass sie das bald tun werden. Weil so im Moment ist das natürlich hauptsächlich eine Abspielversion für Amazon Instant Video und verschiedene andere Amazon-Dienste und aber natürlich auch Games. Jeder, der häufige Amazon Instant Video nutzt, sollte sich diese kleine Box kaufen. Die ist nämlich wirklich unglaublich potent. Vor allem der Snapdragon 600 ist da drin, der beschleunigt die ganze Sache. Ihr habt es vorhin gesehen, sowas von schnell und da kann kein Apple TV mittehalten mit der Geschwindigkeit. Und auch die Sprachsteuerung ist ein absolutes Novo. Man braucht ja auch nichts mehr eintippen, weil es tatsächlich alles unglaublich gut versteht. Also wirklich sehr, sehr, sehr fein, was Amazon da abgeliefert hat. Box hat aber leider nicht nur Vorteile. So spielt sich zum Beispiel nur Sachen ab, die tatsächlich in der Cloud sind. Also wenn ihr zum Beispiel eure eigenen Fotos darüber darstellen wollt, müsst ihr die vorher erstmal in Amazon Cloud Drive hochladen, damit diese ganze Schoße auch funktioniert. Ähnlich läuft das auch mit eigenen Filmen ab. In DLNA, in Heimnetzwerk, kommt das Ding auch nicht ohne Probleme rein. Allerdings mit der App Plex, die 3,64 kostet, ist es dann möglich. Also sollte man sich holen, wenn man ein Heimnetzwerk hat, dann kann man damit auch dort zugreifen. Was auch noch fehlt, sind die Streaming-Apps. Amazon muss sich hier unbedingt noch die Konkurrenz ins Haus holen, damit es auch wirklich einen Massenmarkt erreichen kann. Also heißt Netflix, MacStorm, Watchever und wie sie alle heißen mögen, müssen auf dieses Gerät drauf, wollen es bestimmt auch. Und dann sind die 100 Euro dafür auf jeden Fall eine gute Investition. Bis dahin würde ich empfehlen, dass ihr erst nochmal, insofern ihr kein Instant-Video nutzt, ein bisschen wartet. Ihr müsst ja sowieso drauf warten. Wie gesagt, wer das Ding heute bestellt, Mitte, Ende September, wird das sowieso erst Ende Januar 2015 geliefert kriegen. Das sind über drei Monate hin. Diese drei Monate würde ich auch empfehlen zu warten, bis da noch die richtigen Apps kommen. Ich bin gespannt, wenn Amazon das hinkriegt und richtig gute Apps noch dafür entwickelt. Ist das eine absolute Kaufempfehlung. Dankeschön fürs Zuschauen von unserem ausführlichen Test vom Fire TV. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr, sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr unseren Kanal abonniert, das wäre auch ganz, ganz, ganz klasse. Ansonsten, wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, einfach unten drunter schreiben. Wir werden dann zeitnah darauf antworten. Dankeschön fürs Zuschauen.